Willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass ich heute ein kleines Solo-Konzert hier im Arme für die Theaterpeste geben kann. Ich wollte ein paar Worte sagen zum Stück, das ich spiele heute. Dieses Stück heißt auf Englisch The Well-Tempered Sruti Box, auf Deutsch wäre das das well-temperierte Sruti-Kiste. Und es ist ein Dialog zwischen meinen Saxophonen, dem Allsaxophon, Baujahr 47, Frankreich, und dieses Instrument ist hier aus Indiens Sruti Box. Ein technisches Instrument, welches ich entdeckt habe während meiner Reise nach Indien. Normalerweise werde ich dieses Instrument verwendet, um Gesang und Instrumente zu begleiten, meistens in einer Tonart. Man kann allerdings die Tonarten wechseln. Und jetzt ohne zu lang ins Detail zu gehen, habe ich ein Stück entwickelt, was nach unserem Modell im Westen moduliert durch die Tonarten, was sehr ungewöhnlich ist für indische Musik. Ich habe aber zum Teil indische Skalen und Radios benutzt, aber vor allen Dingen, da impulsiere ich einfach. Das heißt, dieses Stück ist eine kleine Reise durch die ganzen Tonarten, begleitet in diesem Sruti Box. Mittlerweile ist es immer meine Lieblingsdeck begleitet, neben meinem Saxophon. Das Stück habe ich mehrmals aufgeführt, manchmal sehr lange, gerade schon mal von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang gespielt, 14 Stunden, im wunderschönen Großdeck in Ostdeutschland. Ich habe heute leider mehr 45 Minuten Zeit, jetzt habe ich sogar nur noch 43 oder 42, aber ich werde trotzdem die Weise gestalten, durch die 12 Tonaten. Nebenbei können Sie vielleicht auch meine Stimme hören, Opeltöne sind das, die ich singe. Wenn ich mit Kindern arbeite, ich nehme das Regenbogen singen, Regenbogen singen, weil man einfach den Farben und Klang dadurch auf wunderschöne Weise erfahren kann, über die menschliche Stimme. Also viel Spaß bei World Tempted Truth Box. Ich bin dentro von der » » Briella«, » Briella«, » Briella«, »iggenialar«. V servants von H forbindierten sich in Ostdeutschland, in OstdeutschlandDelta. Dann solltunen Sie pitching, in Ostdeutschland und in Ostdeutschland. Amen. 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 Amen.